Eine Kathedrale aus Licht und Schatten, virtuell, permanent in Wandlung. Die Installation 320 Grad Licht im Gasometer in Oberhausen. Sie stammt vom deutschen Künstlerkollektiv Urban Screen. Die bringen das Innere des Industriedenkmals mit 21 Hochleistungsprojektoren zum Erglühen. XXL-Projekte sind ihre Spezialität. Bekannte Gebäude, egal ob in Sydney oder Wien. Durch die Lichtkunst von Urban Screen werden sie noch ungewöhnlicher. So wie der Gasometer Oberhausen. Die Innenraumprojektion hier mit 20.000 Quadratmetern gehört sie zu den größten der Welt. Eine Hommage an den schönen Schein.